servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich mir mal ein paar ältere logs ansehen bzw ein paar ältere rankings denn es wird ja aktuell viel geschimpft dass das balancing in sachen dps und so weiter und so fort ziemlich wie soll ich sagen daneben wäre wenn man es freundlich ausdrücken müsste viele schimpfen aufs balancing es wäre nicht gut aber ich habe mir jetzt mal so ein paar ältere rates oder tiers angeguckt und muss sagen also es geht auch wesentlich schlimmer und genau das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen wenn euch das video gefällt lasst ein like unten abo da aktiviert die locke und damit starten wir auch rein das ganze passiert mit warcraft logs um eine vergleichbarkeit zu haben nutzen wir immer das 95th percentile also die fünf prozent der besten logs und es bringt mir relativ wenig wenn ich jetzt auf den per second stat gehen würde also auf dps da verschiedene addons verschiedene skalierungen verschiedene werte verschiedene dps werte wir nutzen diesen score der auf einer skala von weiß ich nicht 0 bis 100 geht und die performance der jeweiligen klassen einordnet macht das ganze ein bisschen einfacher wir können uns trotzdem mal ein paar dps vergleiche ansehen also in shadowlands haben wir eine skala von 7000 bis 5900 also da liegen 1100 dps dazwischen und in punkten ausgedrückt wären das 14 ungefähr jetzt schauen wir mal was kann man denn mal nehmen erstmal als letzten raten ja lothar einfach weil das derjenige ist der am wenigsten zurück liegt auch hier nehmen wir 95th percentile und hier sehen wir das sieht man schon auf den ersten blick wir waren eben bei 92 in sachen top score und 78 ganz unten und hier haben wir jetzt eine lücke von 94 bis 61 über 30 punkte liegen dazwischen also da lagen die klassen in sachen dps noch weiter auseinander was aber auch an so sachen liegt wie den corruptions die wirklich super schwer zu balancen waren ich glaube nicht dass blizzard sowas noch mal reinbringen wird fire mage mit ihren kompletten mastery bilds das war schon ziemlich ziemlich krank wenn wir jetzt hier auf die dps ist das gucken klar wir hatten da höhere werte aber hier haben jetzt 148.000 gegen 92.000 kannst du nicht auf die werte von shadowlands runterbrechen aber der unterschied ist schon gewaltig über 50.000 dps unterschied das ist würde ich mal sagen ziemlich ziemlich krass gucken wir als nächstes mal auf uldir das war der einstiegsrate von battle for azeroth mal schauen wie es da so aussieht hier nehmen wir 95th percentile hier müssen wir umstellen auf 8.1 da sehen wir aber dass es ein bisschen besser gebalanced war als jetzt beispielsweise shadowlands da liegen zwischen ersten spec und dem untersten 10 punkte im vergleich zu 14 aktuell in shadowlands also hier ist das bild ein bisschen näher beieinander da der demo warlock ganz oben und der mm hunter ganz unten gucken wir noch mal in ein paar andere addons rein beispielsweise legion da gucken wir mal an torus das war der letzte rate des addons so nimm mal 95th percentile nein ich wollte nicht die dps stats habe ich falsch gemacht da haben wir den afli warlock oben 92er score also wie jetzt auch und da ganz unten der beast master hunter mit 77 damit haben wir in der theorie glaube ich um einen punkt weitere größere oder größere diskrepanz als aktuell in shadowlands was aber hauptsächlich daran liegt dass du einen speck hast der ganz weit vorne sticht oder weg sticht und einen der ganz weit unten abgeschlagen ist im vergleich zur nächsten klasse wenn wir jetzt nur vom furorkrieger zum unholy death knight würden wir mit allen klassen ziemlich nah beieinander liegen ganze können wir dann auch noch mal machen für emerald nightmare das war der einstiegsrate von legion und da kann ich anhand dieser bilder schon erahnen dass ist da noch mehr clusterfuck geben wird einfach weil der shadow priest das weiß ich noch zu dem zeitpunkt richtig dick unterwegs war 98 im vergleich zu 67 also richtig dicke lücke die da klafft heißt letzten endes schlechter gebalanced als shadowlands gehen wir nun mal vom fire mage mit 85 auf beast master hunter 72,9 und sind wir ungefähr bei 12 13 punkten was heißen würde ähnliche diskrepanz wie aktuellen shadowlands und wir gehen zu guter letzt weil so schön ist noch warlords of draenor rein da haben wir erstmal höllenfeier zitadelle als letzten raid der 95th percentile da habe ich mich mal wieder verklickt da ist auch eine viel viel größere diskrepanz von 92 auf 42 lustigerweise oder was heißt lustigerweise f für den survival hunter der in mittlerweile fast allen grafiken nicht weit abgeschlagen ist unten also hier auch eine extrem krasse im balance auch selbst wenn man vom schurken bis zum nächsten untersten schurken speck gehen würde auch das ist viel viel schlechter gebalanced als wir es aktuell in shadowlands haben und dann wählen wir noch mal den einstiegs raid von warlords of draenor und das war high maul wie hießen das hochfels auf deutsch glaube ich ne ja genau dann nehmen wir auch wieder 95th percentile einsteiger raid und auch da haben wir eine starke diskrepanz von fire mage rund oben zum frost mage unten und selbst wenn wir nur platz zwei und den vorletzten platz nehmen von 85 zu 65 sind 20 punkte in diesem warcraft log score weniger und auch das ist eine größere diskrepanz als aktuell in shadowlands was soll das letzten endes heißen so schlecht wie viele sagen ist shadowlands aktuell nicht gebalanced ist es gut nicht zwingt es gibt zwischen einigen klassen immer noch große unterschiede aber in der vergangenheit gab es einige raids die wesentlich schlechter gebalanced waren als das aktuell der fall ist und gerade zu beginn eines addons beispielsweise sehen wir auch hier bei high mall liegen die unterschiede oder sind die unterschiede extrem groß schauen wir mal wie das in der schwarzfeld gießerei dann aussah ob sich das wieder ein bisschen angenähert hat nicht viel also ihr seht es ist schwierig für blizzard alle klassen zu balancen aber anhand dieser werte würde ich sagen dass wir durchaus schon schlechtere zeiten in sachen balancen haben balancing und das blizzard sie haben es ist halt nicht einfacher gemacht dadurch dass sie noch die pakte reingenommen haben jetzt hast du klassen die du balancen musst plus pakt fähigkeiten muss für theoretisch jeden speck auf vier pakt fähigkeiten balancen das ist super super schwierig haben sie sich denke ich mal vermutlich auch ein bisschen mit übernommen aber allzu schlimm wie es schon mal war ist es nicht schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare ich bin wie immer sehr gespannt drauf was ihr sagt und damit bedanke ich mich fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen 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 Vielen Dank.